Karl Christ war ein deutscher Althistoriker. Der Nestor der deutschen Althistorie gilt als Pionier der Wissenschafts- und Rezeptionsgeschichte seines Faches. Leben Der Sohn eines Kaufmanns legte 1940 am humanistischen Gymnasium seiner Geburtsstadt das Abitur ab. Erst nach dem anschließenden Kriegsdienst bis 1944 und der sowjetischen Kriegsgefangenschaft konnte er sich 1948 der Wissenschaft zuwenden. Bis 1954 studierte er Altertumswissenschaften und Geografie an den Universitäten Tübingen und Zürich. In Tübingen wurde er vor allem von Josef Vogt in Zürich von Ernst Mayer gefördert. Es war auch Vogt, der ihn 1953 mit einer Arbeit zu Drösus promovierte. Nach dem Staatsexamen für das höhere Lehramt 1954 arbeitete er sich bis 1958 im Rahmen eines Stipendiums der Kommission für alte Geschichte und Epigrafik in die Numismatik ein. Ein Thema aus diesem Gebiet lag auch der Habilitation bei Fritz Teger in Marburg 1959 zugrunde. Dieser Universität blieb er, trotz Rufen nach Aachen und Zürich, treu von 1965 bis zu seiner Emeritierung 1988 als ordentlicher Professor. Zu seinen Schülern gehörten Klaus Bringmann, Alexander Demand, Dieter Flach, Peter Kneißel, Hartmut Lepin und Volker Losemann. 1957 wurde Karl Christ zum korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt. Seit 1966 war er zudem Mitglied der Historischen Kommission für Hessen. Seit 1984 gehörte er der Academia di Scienze Morali e Politici Napoli, seit 1993 dem Instituto Lombardo an am 18. Mai 1993 wurde er durch eine Ehrenpromotion der Freien Universität Berlin geehrt. Christ war verheiratet und hatte drei Kinder. Zu seinem 85. Geburtstag am 6. April 2008 hatte die Universität Marburg ein Festkolloquium geplant, welches dann wegen des Todes des Geehrten wenige Tage zuvor ihm zu Ehren und zum Angedenken veranstaltete wurde. Wissenschaftliches Werk Die Schwerpunkte von Karl Christ's Arbeit in Forschung und Lehre lagen seit der Promotion deutlich auf dem Bereich der römischen Geschichte. Viele seiner Bücher, die teilweise in mehreren Auflagen und in Übersetzung erschienen sind, gelten heute als Standardwerke. Vor allem die Geschichte der römischen Kaiserzeit von 1988. Sein Hauptverdienst besteht jedoch darin, dass er die Beschäftigung mit der Geschichte seines Faches in Deutschland inauguriert hat. Seine Forschungen auf diesem Gebiet reich vom 18. Jahrhundert bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, so konnte er noch kurz vor seinem Tod eine Biografie des Historikers und Dichters Alexander Schenk von Stauffenberg vorlegen. Dieses Buch schließt die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus ab. Für die Christ's Wirken einen vollständigen Neuansatz bedeutete, eine Aufgabe umso schwerer, als viele der belasteten Wissenschaftler noch am Leben oder zumindest ihre Schüler auf Lehrstühlen und in einflussreichen Posten der Wissenschaftsverwaltung und Förderung tätig waren. Karl Christpreis Die Goethe-Universität Frankfurt am Main und die Universität Bern haben 2012 einen Karl-Christ-Preis ausgelobt, der 2013 zum ersten Mal an Wilfried Nippel verliehen wurde. In einem zweijährigen Tunus zeichnet er herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der alten Geschichte und ihrer Nachbardisziplinen, sowie der Wissenschafts- und Rezeptionsgeschichte des Altertums aus. 2015 ging der Preis an den Tübinger Althistoriker Mischar Mayer. Schriften Nero Claudius Drusus Tübingen 1953 Drusus und Germanicus Der Eintritt der Römer in Germanien Schöning, Paderborn 1956 Antike Münzfunde Südwestdeutschlands Münzfunde, Geldwirtschaft und Geschichte im Raume Baden-Württembergs von keltischer bis in allemannische Zeit Zwei Bände Quelle und Mayer, Heidelberg 1960 Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland Vier Bände, Mainz 1963 1964 Die Griechen und das Geld In Säkulum b.d. 15 1964 214 bis 229 ISSN 0080-5319 Antike Numismatik Einführung und Bibliografie Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1967 Von Gibbon zu Rostov-Zew Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1972 ISBN 3-534-06070-9 Römische Geschichte Einführung Einführung Quellenkunde Bibliografie Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973 ISBN 3-534-0908-X Als Herausgeber Hannibal Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1974 ISBN 3-534-06077-6 Krise und Untergang der Römischen Republik Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979 ISBN 3-534-080610 Ebender 2013 ISBN 9783-534-200412 Die Römer Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation Beck München 1979 ISBN 3-406-044-530 Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft Beck München 1982 ISBN 3-406-08887-2 Römische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte Drei Bände Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982-1983 Band 1 Römische Republik und augustäischer Prinzipat Band 2 Geschichte und Geschichtsschreibung der römischen Kaiserzeit Band 3 Wissenschaftsgeschichte 1983 ISBN 3-534-08339-3 Als Herausgeber Sparta Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1986-1986 ISBN 3-534-08809-3 Geschichte der römischen Kaiserzeit Von Augustus zu Konstantin Beck München 1988 ISBN 3-406-333-27-3 Neue Profile der alten Geschichte Neue Profile der alten Geschichte Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1990 ISBN 3-534-10289-4 Cäsar Annäherungen an einen Diktator Beck München 1994 ISBN 3-406-38493-5 Griechische Geschichte und Griechische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte Griechische Geschichte und Wissenschaftsgeschichte Steiner, Stuttgart 1996 ISBN 3-515-069-151 Von Cäsar zu Konstantin Beiträge zur römischen Geschichte und ihrer Rezeption Beck München 1996 ISBN 3-406-405-21-5 Hellers Griechische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft Beck München 1999 ISBN 3-406-453-1-2-0 Die römische Kaiserzeit Von Augustus bis Diokletian Beck München 2001 ISBN 3-406-4-7-0-5-2-1 Solar Eine römische Karriere Beck München 2002 ISBN 3-406-49285-1 Hannibal Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2003 ISBN 3-534-154-1-4-2 Pompeius Der Feldherr Roms Beck München 2004 ISBN 3-406-5154-3-6 Kleos Wandlungen Die deutsche Althistorie vom Neuhumanismus bis zur Gegenwart Beck München 2006 ISBN 3-406-5-4-1-8-1-x Der andere Stauffenberg Der Historiker und Dichter Alexander von Stauffenberg Beck München 2008 ISBN 978-3-406-569-6-0-9 Gläten Der statistical Dein Der Vielen Dank.